Hallo, Sila! Na, geht's Ihnen gut heute? Hey! Warum anfühlst du nicht, du Arschloch? Ich will zu Mama! Wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter. Benni braucht eine langfristige Lösung. Ja? Erzähl, du darfst dich einfach in meinem Zimmer. Ich bin ein Schulbegleiter. Ich kann nicht in die Schule! Ich mach mal einen Vorschlag. 1-1-Betreuung. Drei Wochen im Wald. Wo ist denn der Fernseher? Gibt's nicht. Kein Strom, kein Internet. Und schönes Blutflugkacken. Ich hasse ihr! Hey! Weil ich mal so auszicke, darf ich nicht zu Mama? Das kannst du dir erinnern. Habt ihr schon mal dein Echo gehört? Mama! 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 Mama hasst mich. Willst du mein Papa sein? Ich hab schon eine Familie, Benni. Und du auch. Ich hab manchmal richtig Angst vor ihm. Ich kann es nicht mehr. Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Doktor! Ich habe keine Lust. Ich habe eine Lösung. Ich verliebe dich nicht mehr. Wie ist das? Das ist ja, Ernst. Diesmal was es dir okay.